Seid mir gegrüßt, meine lieben Nakama, zur Fortsetzung meiner Videoreihe rund um das leere bzw. verlorene Jahrhundert, dem Clan und Wille des D, Joyboy und noch vielen, vielen mehr, was alles damit in Verbindung steht. Dieses Mal geht es um den Clan der D, die aktuellen Mitglieder, die bereits verstorbenen Mitglieder und diejenigen Charaktere, die eventuell noch zum Clan der D gehören könnten. Bevor wir gleich loslegen, wie immer die Bitte an euch, wenn ihr neu seid auf diesem Kanal, wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, dann lasst mir doch gern ein Abo da, ich würde mich sehr darüber freuen. Kommen wir jetzt zum Clan der D, die elf bekannte Mitglieder kennen wir bereits und davon sind über die Hälfte bereits verstorben bzw. getötet worden. Fünf Stück sind noch am Leben, die meisten davon stammen aus der Monkey D-Familie, die sollte eigentlich fast jeder kennen. Wir haben natürlich Monkey D-Garb, dessen Sohn Monkey D-Dragon und natürlich dessen Sohn und Hauptprotagonist von One Piece, Monkey D-Ruffy. Die anderen beiden Charaktere, die noch am Leben sind und vielleicht so ein bisschen die Konkurrenz zu Ruffy darstellen, sind natürlich Marshall D-Teach, übrigens mein Lieblingscharakter, Blackbeard und natürlich Trafalgar D-Waterlaw. Und er ist etwas Besonderes, denn er und seine ganze Familie sind vom Clan der D und er ist der einzige Charakter, der von seinen Eltern gesagt bekommen hat und natürlich auch später noch von Corazon, er möge doch, dass D in seinem Namen verheimlichen. Deswegen haben wir ihn anfangs nur als Trafalgar Law kennengelernt. Die bereits verstorbenen Charaktere, beziehungsweise die meisten davon, sind ja eigentlich getötet worden, beziehungsweise sind es eigentlich alle, wenn man das nicht ganz so genau nimmt. Wir haben zum anderen natürlich die jüngere Schwester von Trafalgar D-Waterlaw, Trafalgar D-Waterlaw. Sie litt ja an der Weiß-Bärnstein-Krankheit, die in der Heimatstadt von Law of LeVance um sich ging, weil sie dort eben dieses weiße Bärnstein abgebaut haben. Sie ist aber nicht an dieser Krankheit gestorben, sondern sie wurde verbrannt in diesem Waisenhaus, wo sie dann am Ende noch gelebt haben. Dann haben wir natürlich Goldie Roger, er wird am Anfang der Story von One Piece hingerichtet. Wir haben Roxy Sebek, der höchstwahrscheinlich sein Leben damals auf God Valley gelassen hat. Wir haben Jaguar D-Sol, der getötet wurde von Kusan. Wir haben Portcast D-Ace, der getötet wurde von Akainu. Und zu guter Letzt seine Mutter, Portcast D-Rouge. Und streng genommen wurde die ja auch getötet, nämlich bei der Geburt von Ace, da sie ihn ja viel länger ausgetragen hat, als das normalerweise menschlich möglich wäre, um ihn eben vor der Weltregierung zu schützen, da er ja der Sohn von Goldie Roger ist. Und jetzt müssen wir uns natürlich die Frage stellen, dann gibt es da draußen noch mehr Mitglieder des Clan der D. Und ich bin davon felsenfest überzeugt, dass wir da noch einige Charaktere kennenlernen werden. Denn es ist eine sehr wichtige Familie, die eben in engem Kontakt mit dem leeren Jahrhundert und mit dem verlorenen Jahrhundert zusammensteht. Und ich habe ja schon im ersten Teil dieses Videos, dieser Videoreihe gesagt, dass ich mir gut vorstellen konnte, dass alle Bewohner damals des leeren Jahrhunderts sich eben diesen Namen D gegeben hat, damit sie zu einer großen Familie werden. Und wir wissen, dieser Name wird an die nächste Generation, an die Kinder weitergegeben. Es ist also eigentlich streng genommen nicht irgendetwas, was sich irgendwie besonders macht. Aber die meisten Mitglieder dieser Familie, des Clan der D, waren in der Vergangenheit oder sind immer irgendetwas Besonderes. Beispielsweise war der erste und einzige Piratenkönig einer der D. Wir hatten Roxy Sabeck, der vielleicht mitunter der gefährlichste Pirat der Welt zu seiner Zeit gewesen ist. Auch er war ein D. Wir haben den größten Verbrecher der Welt mit Monkey D. Dragon. Wir haben eine Legende bei der Marine mit Monkey D. Garp. Der Hauptprotagonist ist Ruffy, der höchstwahrscheinlich der nächste Piratenkönig wird. Auch vom Clan der D. Trafalgar Law spielt eine große Rolle. Ace hat eine sehr große Rolle gespielt als Sohn von Goldie Roger und so weiter und so weiter. Sie sind also sehr wichtige Persönlichkeiten in der Welt von One Piece. Und das waren mit Sicherheit auch eben ihre Vorfahren. Denn wir wissen ja alle, dass das verlorene Jahrhundert vor über 900 Jahren zu Bruch ging. Am Ende dieses Jahrhunderts wurden dann die Pornoglyphe angefertigt, die dann eben die Geschichte, die damals eben passiert ist, weitererzählen soll. Und wir wissen, dass es der Kozuki-Clan gewesen ist, der diese Pornoglyphe angefertigt hat. Und es ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass wir vielleicht sogar Mitglieder des Clan der Ds auf Wano Kuni haben. Vielleicht ist der Kozuki-Clan selbst ein Teil dieses D-Familie. Genauso könnte man eventuell auch Amazuki Toki, also das war ja der vorige Name, ihr Geburtsname, von Kozuki Toki mit dem Clan der D in Verbindung bringen. Weil sie hat ja auch zu dieser Zeit gelebt, als das leere und verlorene Jahrhundert passiert ist. Und vielleicht gibt es noch einige andere Familien. Vielleicht sind diese 5 Urfamilien, die es in Wano Kuni gab, aus dem irgendwann natürlich auch der Kozuki-Clan entstanden ist, irgendwie mit dem Clan der D verbunden. Und ja Leute, das würde auch bedeuten, dass Kurozumi Orochi ein Teil dieser D-Familie sein könnte. Es ist natürlich reine Spekulation. Aber schauen wir uns doch einmal die Familien, die Inseln, die Länder an, die eine Verbindung zum leeren Jahrhundert und vor allem zu den Pornoglyphe haben. Da haben wir zum Beispiel die Nefeltari-Familie, die ja auch ein Pornoglyphe erhalten hat, von dem Kozuki-Clan höchstwahrscheinlich, der die ja hergestellt hat, zur Aufbewahrung. Und sie haben einen Auftrag bekommen, dieses Pornoglyphe zu verstecken. Es darf keiner finden. Das war irgendwie die Voraussage, weshalb sich Nefeltari-Copera auch bei Crocodile bis zum Schluss geweigert hat, ihm dieses Pornoglyphe zu zeigen. Und es könnte sehr gut sein, dass die Nefeltari-Familie ursprünglich auch mal zum Clan der Di gehört hat, vielleicht direkt nach dem leeren Jahrhundert den Namen Di abgelegt hat. Sie waren ja auch Teil der 20 Königsfamilien, die sich gegen das große Königreich gestellt hat. Aber mit der großen Ausnahme, sie wollten nicht zu Tenryubito werden. Sie haben also eigentlich ihre eigenen Beweggründe gehabt, warum das große Königreich untergehen muss oder vielleicht der Tyrann, der dieses einfach angeführt hat, untergehen musste. Haben sich aber auch daran beteiligt, dass die Geschichte weitererzählt werden muss und dass da alles eben nicht so mit rechten Dingen abgelaufen ist. Also hier eine große Wahrscheinlichkeit eventuell, dass wir mit Vivi eine Nahfahrin eines Di-Clans haben. Dann kommen wir zu einer Insel, die sehr, sehr wichtig ist, nämlich Jaya, beziehungsweise diese Hälfte von Jaya, die mittlerweile auf Skype ist, nämlich Shandora. Auch Shandora hat einen Auftrag bekommen, mitsamt des Pornoglyphs, nämlich dieses Pornoglyph vor allem zu verteidigen und vor allem mit ihrem Leben. Und das haben sie bis zum Schluss. Das machen sie heute noch eigentlich im Grunde auf Skype, ja, wo sie das Fairy Worth verteidigen, damit die Leute eben dort nicht an das Pornoglyph kommen. Sie wissen nicht warum, sie wissen nicht für wen, aber es ist ihre eigene Kultur. Und dann könnte es wirklich sein, dass wir vielleicht bei Charakteren wie Calgarar auch Charaktere vom Clan der Di haben. Und dann könnte theoretisch ein Charakter wie Viper heute auch vom Clan der Di sein. Und er war ja auch etwas Besonderes, genauso wie Calgarar etwas Besonderes war in der Vergangenheit. Und das Gleiche könnte für einige der Fischmenschen gelten, denn auch dort wurde ein Pornoglyph, nein, sogar zwei Pornoglyph abgeliefert. Sie haben sie in diesem Unterwasserwald dort versteckt. Und auch hier könnte einfach die Geschichte verloren gegangen sein, dass man das Di vielleicht direkt abgelegt hat nach dem leeren Jahrhundert. Und eventuell ist hier Hoshi ein Di und natürlich dann auch ihr Vater Neptun und ihre Brüder. Und das Gleiche gilt im Grunde für jeden Ort, wo ein Pornoglyph hinterlegt wurde. Es gibt ja so ein paar Dörfer, die nicht näher behandelt wurden. Und auch dort könnten sich eben, ja, Nachfahren des Clan der Di's verstecken. Doch kommen wir jetzt mal zu Hauptcharakteren, ja. Wichtige Charaktere, die wir kennengelernt haben und wo wir eigentlich mehr davon haben, wenn wir sagen, das sind Charaktere mit einem Di im Namen. Und einer der prominentesten ist höchstwahrscheinlich Shanks. Das liegt zum einen daran, dass Shanks keinen Familiennamen hat. Aber die Frage ist natürlich, warum sollte Shanks ein Di in seinem Namen verheimlichen? Das könnte vielleicht damit zusammenlegen, dass er seinen kompletten Familiennamen verheimlicht. Denn ich habe die Theorie und viele andere One Piece YouTuber haben wahrscheinlich die gleiche Theorie, dass Shanks eventuell der Sohn von Rox D. Sebek sein könnte. Das passt zeitlich eigentlich richtig gut zusammen. Und da wir noch nicht so viel wissen von Rox D. Sebek, wir wissen allerdings eben, dass Roger gegen ihn gekämpft hat und dass Shanks irgendeine wichtige Rolle spielt in dieser ganzen Sache, dass er eventuell wirklich der Sohn sein könnte. Der andere Sohn, der vielleicht bei Rox D. Sebek in Frage käme, wäre Marshall D. Teach. Er könnte auch einfach den Namen seiner Mutter angenommen haben. Hier haben wir auch schon verschiedene Foreshadowings bekommen, wie beispielsweise Ace, der ja streng genommen Goldie Ace heißen müsste. Aber aufgrund dessen, dass er diesen Namen verheimlichen wollte, hat er einfach den Namen seiner Mutter, Podcast D. Rouge, angenommen. Und daher ist er uns heute eher bekannt als Podcast D. Ace oder in manchen deutschen Übersetzungen als Puma D. Ace. Eine absolute Katastrophe der Translation. Aber kommen wir jetzt nochmal zu weiteren Charakteren, die noch zum Clan der D gehören könnten. Einer meiner absolut Favoriten, wenn es um dieses Thema geht, ist Sir Crocodile. Wir können uns schon mal darauf festlegen, dass Sir höchstwahrscheinlich nicht sein Familienname sein wird. Und wir haben mit Crocodile einen Charakter, der sehr, sehr viel weiß über das leere Jahrhundert, beziehungsweise das verlorene Jahrhundert, beziehungsweise ziemlich vielen Sachen, die damit in Verbindung stehen. Er wusste nämlich, dass sich eines der Pornoglyphen auf Alabaster befindet. Und er wusste von der Existenz der antiken Waffen. Natürlich könnte auch hier noch einer Erklärung folgen, wie er das irgendwie herausgefunden hat. Aber vielleicht wurden es auch diese Geschichten in seiner Familie einfach weitergegeben. Und er wollte dadurch an die Spitze kommen, wollte ja sein eigenes Utopia schaffen. Was auch irgendwie so ein bisschen in Verbindung mit dem leeren Jahrhundert, verlorenen Jahrhundert steht. Dass wir vielleicht damals schon eine Art Utopia hatten. Also auch er ein absoluter Lieblingskandidat, wenn es darum geht, noch zum Clan der D zu gehören. Er hat ja auch eine etwas mysteriösere Vergangenheit. Die meisten tippen darauf, dass er mal eine Frau gewesen ist, was ja gar nicht mal so schlecht getippt ist. Aber ihr wisst es aus dem Interview von Craig Burner, dass das eventuell die ursprüngliche Idee dahinter gewesen ist. Und dass sich die jetzt komplett etwas anders da entwickelt haben könnte. Es könnte auch sein, dass er seine Vergangenheit ja auch komplett verheimlichen will. Weil er eben zum Clan der D gehört. Eine Theorie von mir persönlich ist eigentlich, dass er eventuell sogar ein Sklave der Tenryu Bitu gewesen ist. Wir haben ja seinen Rücken noch nicht gesehen. Und auch das würde natürlich perfekt zu Ivankov und den Revolutionären passen. Dass sie ihn vielleicht irgendwann mal aus dieser Sklaverei befreit haben. Vielleicht war er sogar zu dem Zeitpunkt eine Frau. Und deswegen ist ihm die Vergangenheit so komplett peinlich. Aber heute soll es nicht so komplett um Crocodile gehen. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema für ein eigenes Video. Der letzte Kandidat, den ich mir aufgeschrieben habe, ist Eustace Captain Kidd. Natürlich haben wir mit Trafalgar D. Waterlord schon einen weiteren D innerhalb der Elf Supernova. Wobei wir hier auch mal anschneiden können mit der ganzen Theorie, die ich am Anfang mit Wano Kuni habe. Könnte theoretisch auch Zorro ein D sein. Aber Eustace Captain Kidd gefällt mir irgendwie besser, auch um halt eben einen weiteren Konkurrenten für Ruffy aufzubauen. Wir wissen auch nicht, wie sein Wissensstand ist, was die Pornoglyphe anbetrifft oder sogar die Road-Pornoglyphe. Wir wissen nicht, was mit Killer ist, warum er seine Stirn immer wieder verheimlicht. Und ich möchte jetzt hier nicht so viel spoilern, denn das wird ein Thema für ein weiteres Video werden. Aber ich denke, ihr habt die Anspielungen schon verstanden und die Theorien, ja, die gehen ja schon länger hier auf YouTube herum. Ich finde einfach, der Charakter hat einfach gezeigt, dass er den Willen hat, immer wieder weiter zu kämpfen, immer weiter nach vorne zu kommen. Und auch irgendwie als einer der wenigen der Elf Supernova den Willen gezeigt hat, bis zum Ende durchzuziehen. Es kommt natürlich jetzt groß drauf an, wie sich diese ganze Sachlage in Bano Kuni und diesem ganzen Ark und dem Kampf gegen Big Mamm und Kaido entwickeln wird. Aber er ist für mich ein solider Tipp, wenn man das so sagen möchte. Er hat ja auch gezeigt, dass er in der Lage ist, das Königshaki einzusetzen. Auf der anderen Seite nicht jeder vom Clan der D hat gezeigt oder wurde bestätigt, dass er auch das Königshaki einsetzen könnte. Weil wir haben beispielsweise Trevor Galore, der es halt eben nicht kann oder halt eben noch nicht gezeigt hat. Aber auch da gibt es mit Sicherheit die ein oder andere Theorie dazu. Und das soll es erst einmal von mir und vom Clan der D gewesen sein. Ich werde natürlich diese Videoreihe fortsetzen und wir werden weiter dieses Thema durchleuchten. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Ihr könnt mir mal eure Meinung in die Kommentare schreiben und natürlich einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn es euch gefallen hat, wenn ihr einen kleinen Kanal unterstützen wollt, dann lasst mir doch gerne ein Abo da. Und ich werde euch weiterhin mit One Piece Content versorgen. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch für euer Einschalten und Zuhören. Im Geiste von Bano Kuni sage ich Sayonara Matane.